Piersen ist an einem dunklen Ort. Ich fühle, wie ich mit ihm runtergezogen werde. Aber ich muss durchhalten, wenn ich dich stolz machen will, Bruder. Wasser, bitte. Was will er? Wasser, bitte. Hier. Verdammt, was soll das? Lassen Sie ihn, Sergeant. Wie war das? Wie ist das, wie finden Sie das? Viel besser. Du kleiner Piss. Hey, Sie halten sich raus. Hey, stopp! Nicht schießen! Nicht schießen! Er ist es nicht wert. Daniels! Scheißkerl. Wer sollte das? Hast du was zu verbergen? Das Schwein hat uns was vorgespielt. Wer damit! Was steht da? Das sind Befehle für Sprengstoff an der Brücke von Rehmagen. Das Zeug wird fünf Meilen nördlich von hier auf Laster geladen. Wenn ich das richtig sehe, ist das die letzte intakte Rheinbrücke. Das ist ja interessant, Fritz. Du bist��render gewesen. Dann musst du das gerne durchdrehen. Sie dürfen nicht den Rhein erreichen. Piersen hat befohlen, dass wir die Bäume fällen und die Straße versperren. Wo zum Teufel steckt Piersen? Wahrscheinlich an irgendeinem Loch mit dem Zünder. Und seinem Whisky. Weißt du, was noch betrunken macht? Unter Kühlung. Nicht, wenn wir in Bewegung bleiben. Stiles, Sie bleiben bei Pearsons Gruppe. Hab ich ein Glück. Daniel Sussman, Sie kommen mit mir die letzte Ladung platzieren. Wird ein hübscher Hinterhalt. In Ordnung. Was für ein Glück, dass wir die Infos gefunden haben. Ein Schritt näher am Reif. Wir sitzen den Deutschen im Nacken. Wir müssen nur die Laster aufhalten. Ich mach das. Achte auf die feindlichen Laster auf der Straße. Da ist unser Zeichen. Die Laster kommen. Hier oben, Daniels. Die Aussicht ist ein Knaller. Auf der Straße sind Nazi-Transporter. Halten und warten, bis Sie in Position sind. Los, los, los! Die lassen aufschalten! Das wird schon wieder! Halte durch, Kumpel! Geh rüber damit! Kommt geflogen! Wir müssen das hier beenden! Wir müssen das hier beenden! Kommt rein! Der bei mit der Lorte! Ja, Sir. Verwandt, Kasten werden jetzt. Wir werden die Tore um 0.300. Sichern Sie aus erhöhter Position unseren Angriff, damit wir die Laster zerstören können. Hey, ruhig bleiben. Achten Sie auf Patrouille. Starten wir! Das sind zwei erhöhte Foktenaar der Schraubstrauss. Irgendwie müssen wir unbemerkt da rein. Ich weiß nicht, ich bin selber. Suchen wir uns eine gute Position beim Tor. Untertitelung des ZDF für die Schraubstrauss. Vorbereiten. Die Alliierten können jeden Moment hier sein. Da, der Kommandant der Basis. Die Drehung ist vorbereiten. Wo ist denn der Haus? Sie sind wetterlich, genau wie es ist. Fertig machen. Wir rücken ihn kürzer ab. Was zum Teufel? Ist da jemand? Was ist denn hier los? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Dieser Weg führt zum Kampf. Was zum Teufel? Was ist daster Schritt? Es ist ein Turnier. Was ist das? Was ist das Schnell? Wie ist das? Was ist das Schnell? Das Radargebäude wird reichen, wir können raufklettert. Die Alliierten können jeden Moment hier sein. Dann, dass gesamte Personen sofort den neuen Reiseplatz einsehen. Die Sprengsätze werden in die Belastung geladen. Da rechts, Bürsten ist in Position beim Tor. Bürsten nähert sich den Lassner! Bürsten! BGUISEN! BG! BG! Wir müssen den Laster aufmachen, Mann! Hier ist der Nehling! Erschieß den Fahrer! Erster Stoff! Ich hab ihn! Kraft, wir brauchen den Balkon! Helfen! Hüßen! Hüßen den rechten Nagel! Hilf uns, die Ladung zu erreichen! Wir sind vom ersten Cluster! Wir haben den ersten Cluster verstört! Auf zur nächsten Position! Ziehen ab! Unsere Leute sind auf der rechten Seite! Mierschen will, dass wir aus dem Turm da Überwachung leisten! Bewege auf! Bewege auf! Wir sind da drüben! Der Land ist geworfen! 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 Den Jetzt Auf den Verbandkasten! Sie kommen aus der Deckung! Ich hab ihn erwischt! Da kommt keiner aus der Deckung! Daniels, Granate! Ich hab die Granate! Ich hab die Ich hab die Ich hab die Hier ist ein Feld zurück! Gar nicht gut! Juden dürfen sich nicht erwischen lassen! Ruhig, wir schaffen das! Das war knapp. Alles klar? Sie haben Sasmen. Das tut mir leid für ihn, aber wir kümmern uns um den letzten Laster. Einer beleidigt, sie geht nirgendwo hin! Sasmen wurde verschleppt! Die Mission zählt! Er braucht mich doch! Einer, 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 Einer! Die Mission zählt! 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 Er merde! Dasente in derplease Machen wird! Die Mission zählt! Die Mission zährt vielleicht! Achtung! Hilfe! 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 Hanna! Hilfe! Hilfe! Ich könnte dich aufhören, wir geben! Sie haben meinen Befehl besachtet. Dann wartet das Kriegsgericht auf mich. Diese Töre werden strengstens bestraft. Also bringen wir es einfach hinter uns. Ist besser für alle. Täusch dich! Das war's. Sie sind raus aus meinem Platon. Ich will ihnen nicht mehr schieben. Das bringt ihr schon hin. Wir verarzten dich. Du hast dein Bestes getan. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die Juden separat. Die Marken weg. Los doch! Sie suchen Juden. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Stück Nazi-Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Wir sind Amerikaner. Punkt. Wer verhaftet ihr alle auf den Zug? Seid die Menschen! Los! Los! Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun! Seit Sasmons Gefangene haben, es sind acht Wochen vergangen. Ich versuche die Hoffnung nicht zu verlieren. So. Neues über Sasmon? Es tut mir leid, Private. Pearson scherte sich nicht um ihn. Genau wie seine Männer in Kasserien. Kasserien? Sie liegen falsch, Private. Pearson hatte Befehl zum Rückzug. Aber ein paar seiner Männer waren noch im Pass. Er konnte sie dort nicht einfach zurücklassen. Doch am Ende verlor er bei der Rettung noch mehr Männer. Er war nie mehr derselbe. Aber was interessieren Sie sich für Pearson? Sie fliegen nach Hause. Komme ich vor das Kriegsgericht, Sir? Wäre schlechte Werbung für die Armee, den Soldaten zu bestrafen, der den ganzen Krieg beschleunigt hat. Ganz recht. Die Informationen, die Sie gefunden haben, zeigten die Position der letzten Brücke über den Rhein. Vielleicht springt für Sie eine Medaille raus. Sie sind ein waschächter Kriegsheld. Willkommen daheim, Rett. Von jetzt an werde ich dich nicht mehr aus den Augen lassen. Verstanden? Corporal? Ja, ma'am. Ja, ma'am. Ist alles okay, Rett? Reden wir oder jagen wir? Du kannst stolz sein. Du hast deine Angst überwunden. Mehr kann man von keinem verlangen. Das fühlt sich doch gut an, oder? Durch die Hölle gehen und als Held heimkehren. Rett? Rett? Sie sind ein Kriegsheld. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Ehrenhaft entlassen. Außerdem haben die deutschen Sassmen. Aber ich gebe ihr nicht einfach auf. when ich zum Schlussemahiere mich.